Und damit seid gerüßt an den Zweiggegnummer Hobbits in der Glocken mal wieder zu einem Wahl-O-Mat. Letztest kann man so nennen. Ich hoffe ich spiele mal wieder den Wahl-O-Mat. Nämlich zu Sachsen-Anhalt Landtagswahl 2021. Die soweit ich weiß, wie mich richtet an der Juni ist. Sechste Juni. Ja müsste es da sein. Ist nicht mehr lange hin bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ich wohne seit einigen Jahren in Sachsen. Ist ganz in der Nähe. Ich habe früher in Sachsen-Anhalt gewohnt. Und weil ich immer wieder Bock drauf habe, wird dann immer der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt gemacht. Wer es noch nicht kennt, hat wahrscheinlich im letzten Jahr unter einem Stein gelebt. Der Wahl-O-Mat ist von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ja, es ist ein Angebot. Ihr werdet es gleich sehen. Bei dem hier steht es auch schon. 21 von 22 Parteien haben die Thesen auch beantwortet. Es geht direkt darum, du hast Fragen gestellt und du musst diese Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Und durch deine Antworten wird dann, wie du dich bei den politischen Fragen beantwortest, wird dann dein Match mit der politischen Partei gemacht. Welche Partei für dich am besten ist. Klick mal auf Start. Du kannst es gleich schon sehen. Wahrscheinlich, ja, hier haben wir schon das erste Bild im Wahl-O-Mat. Die erste Frage. Hier ist Stimme zu. Neutral und Stimme nicht zu. Es soll nun wieder mehr Krankenhäuser in öffentlich Hand sein. Kommt halt immer eine These. Steht sogar These und überspringen. Es ist immer eine These. Man kann überspringen die These. Neutral klicken. Das soll dann sagen. Krankenhäuser in öffentlich Hand. Willst du es oder willst es nicht? Dadurch erichnen sich dann später. Die Parteien haben auch gesagt, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und dadurch ist klar. Oder? So, was machen wir hier? Jetzt muss ich mir erstmal klar werden, was ich hier überhaupt will. Krankenhäuser in öffentlich Hand. Puh, jetzt sind politische Sachen natürlich nicht so einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Ist klar. Man muss irgendwie trotzdem versuchen, da zu einem Jaoden hinzukommen. Ich sag's mal, ich stimme mir nicht zu. Weil Sachen in öffentlicher Hand habe ich eher schlechtere Sachen gehört. Nicht privatisiert, sondern dem Land gehörend. Naja, bin ich nicht so optimistisch. So, Flächen für Windkraft. In Sachsen-Anhalt sollen keine weiteren Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Es sind auch manchmal solche Fragen, wo du auch mal nachlesen musst, wo du mal gucken musst. Keine weiteren Flächen für, also wenn du zustimmen würdest, würdest du sagen Ja. Dann würdest du sagen Ja, keine weitere, also Nein zu weiteren Windkraftanlagen. Also ich sage, ich stimme nicht zu. Ich will weitere Windkraftanlagen. Ja, finde ich, das ist ja. Kann man bestätigen. Sachsen-Anhalt zu einer Erhöhung des Rundfunksbeitrags zustimmen. Großer Gott, nein. Ähm, das möchte ich nicht. Ähm, ich bin schon immer gegen den Rundfunkbeitrag gewesen. So, gegen GZ. Ich zahle es leider. Aber ja, finde ich eine Frechheit. Und finde ich auch eine Frechheit, dass das an Leute zahlen müssen, die es sich vielleicht nicht leisten können. Und die auch eigentlich, wer guckt heute noch Fernsehen wirklich. Also ich gucke Fernsehen. Das ist deswegen, deswegen zahle ich es auch. Es ist halt auch an gewisser Weise gerechtfertigt. Aber es ist halt wirklich. Man muss halt jeder zahlen, der nicht Fernsehen guckt. Das ist blödsinn. Nein, bitte nicht. In Städten, in Sachsen-Anhalt zu auf mehr Straßen Tempo 30 gelten. Definitiv. Umweltszuliebe. Mal ein bisschen. Und auch wegen anderen Sachen. Das ist es. Oder Unfälle. Und so weiter. Vermeiden. Ja, Tempo 30 in Städten. Gar nichts Außergewöhnliches. Kann man machen. Oder Fahrrad fahren. Es sind dann solche selbstständigen Kulturschaffenden. Während der pandemiebedingten Veranstaltungsbeschränkungen. Eine Existenzsichernde Soforthilfe zahlen. Definitiv. Das ist was ich schon. Bestimmte Podcast. Auch schon einige Mal angesprochen habe. Was auch wirklich. Wo ich mich schon öfters drüber aufgeregt habe. Jetzt während der Corona-Krise. Dass die. Die Kreativen. Ja, dass die Bühnen. Künstler und so weiter. Dass die halt wirklich. Ziemlich wenig Unterstützung zu kriegen. Und auch die. Novemberhilfen erst im Januar ausgezahlt werden. Und das ist halt wirklich. Das halt wirklich mangelhaft ist. Also. Unbedingt. Sachsen-Anhalt soll keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Ich weiß, wer da auf Zustimmung klickt. Ich stimme nicht zu. Das ist so ein schön weiter Flüchtlinge aufgenommen werden. Das ist durchaus. Ja. Wir können weiter Flüchtlinge aufnehmen. Nicht nur wir. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt soll Fachkräfte aus dem Augenland. Aus dem Augenland anwerben. Genau. Die Hobbits. Die Hobbits. Denen an den AKK bewirtschaften. Das finde ich ganz gut. Also. Wir brauchen. Wir brauchen mehr Hobbits. Für die. Für die. Feldarbeit. Das ist das. Auf jeden Fall. Das sollte man mal. Anstellen. Fände ich gut. In Sachsen-Anhalt soll es ein Ministerium für Digitalisierung geben. Ja. Digitalisierung. Wenn man hier. Wenn man grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist das. Das kann die. Das kann die. In der Regierung. Und gerne ausbauen. Das nennt Sachsen-Anhalt soll die Förderung. Das Schul-Netzwerks Schule ohne Rassismus Schule mit Courage einstellen. What the fuck? Das steht wirklich zur Debatte. What the fuck? What the fuck? Schul-Netzwerks Schule ohne Rassismus Schule. Ich finde das eine geniale Sache. Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Das ist ein. Sehr schönes Schul-Netzwerk. Das ist eine sehr schöne Aktion. Das ist. Ich war auf einer Schule. Die dort in dem Netzwerk tun war. Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Das ist. Dass man das abschaffen will. Verstehe ich nicht. Stimme ich nicht zu. Ne. Das ist. Das soll es weiter entgeben. Einstellen steht dort. Die Förderung dafür einstellen. Stimme ich nicht zu. Natürlich nicht. Dafür willst du den Sachsen-Anhalt weiterhin streng geschützt sein. Ein leitender Satz der Landesverfassung soll weiterhin auf die Verantwortung vor Gott verweisen. Beim Aus- und Umbau von Straßen soll der Radverkehr bei Autoverkehren bevorzugt werden. Ja. Bin ich definitiv für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulform sein. Im Einstiegsgehalt hier ein gleichgestellter Organisierungsgehalt für die Lehrer. Ja. Die Polizei in Sachsen-Anhalt soll verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen. Großer Gott nein. Sachsen-Anhalt soll sich für bundesweit einheitliche zentrale Abitur einsetzen. Die höchste Eiszeit. Das Schulsystem und das Abschlusssystem ist sowieso ein Albtraum. Wenn du in einem Bundesland einen Abschluss gemacht hast und dann einen Job im anderen Bundesland machen willst, der Schulabschluss ist nichts mehr wert und irgendwo, wenn gerade von Ost nach West, was die meisten ja tun, Schule im Osten und dann nach dem Westen ziehen und dann dort eine Ausbildung und einen Beruf machen wollen, dann ist dann, es ist halt, es ist gerade in Sachen Bildung, muss das zentral gesteuert sein, muss dann, es muss ein einheitliches System geben, das es halt ist. Ja definitiv, definitiv muss man sich dafür einsetzen. Sanktionen bei Hartz 4, oha. Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitsdosen G2 in Klammern Hartz 4 sollen weiterhin die Leistung gekürzt werden, wenn sie wiederholte Termine beim Jobcenter versäumen. Definitiv nicht, da stimme ich definitiv nichts zu. Sie sagen, mit Kürzungen, wenn man sich das mal anschaut, das ist wirklich kriminell, was das Amt und was die Länder, was da gekürzt wird. Also Hartz 4 ist Grundarbeitslosigkeit, 2 ist, ich weiß nicht, ob ich da noch was zu sagen muss. Das ist wirklich schon so viel zu wenig, das ist wirklich keine Grundlage für ein würdiges Leben. So eine Hartz 4 Sache, das ist unter und dann auch gekürzt, weil es, wenn man aus irgendeinem Grund, das ist halt, ja zum Beispiel ein Jobcenter versäumt und man weiß halt irgendwie, ja es gibt auch ganz andere abenteuerliche Sachen, weswegen da Sachen gekürzt werden, das ist halt wirklich weg damit, stimme ich nicht zu. Das Wahlalter soll bei Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt auf 16 Jahre gesenkt werden, aber unbedingt. Eigentlich müsste ich da Stimme nicht zudrücken, weil es ist, ich will, 16 ist mir auch schon wieder zu, als ich bin eigentlich für. Ich glaube das hatten wir auch schon, weil Podcast-Hörer, die wissen Bescheid, die wissen mehr. Es kam auch schon mal in Folgen vor, dass da, ja, ich würde es noch weiter runter drücken, aber es ist ja, stimme ich zu, ab 16, unbedingt. Und eigentlich noch, noch früher, das ist, warum Jugendliche nicht, das ist gerade jetzt ein Zeichen von Fridays for Future und so weiter. Das ist, das ist Finns, soll man Dollar untersetzen. Schuldenbrandeser Sachen, Sachsen-Anhalt soll die Begrenzung der Neuverschuldung, Schuldenbrandeser weiterhin einhalten. Können schon mal, es könnte schon mal schön auf ihre Schulden achten. Ja, nicht schlecht. Sachsen-Anhalt soll spätestens 20.500 klimaneutral werden. Das ist am liebsten schon früher. So, und da haben wir die Fragen beantwortet, jetzt können wir hier Gewichten. Ist ja die Gewichtung, können wir sagen, welches Thema uns besonders am wichtigsten ist. Jetzt können wir da noch mal zwei einsetzen. So was wollen wir denn hier? Kosten für die Betreuung? Ja, ich weiß nicht. Unterstützung von Kulturschaffenden auf jeden Fall. Das können wir auch klicken. Ich habe mich eigentlich nur zu enthalten. Ich habe immer irgendwie versucht, ja, und nein zu klicken. Ja, auch noch ein Verpflichtender steht. Keine Wetterung Flüchtlinge nicht, dass man sich hier lenkt. So weit auf Flüchtlinge kann man. Für zwei Beamte, ich würde es jetzt nicht so wichtig machen. Es ist wichtig, aber ich würde jetzt hier Liste nicht priorisieren. So, jetzt können wir hier Parteien auswählen. Ich kann auch einfach alle anklicken. Da bin ich jetzt gespannt, was hier ist. Wir. Das ist die Corona-Spinnerpartei. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber das sind die Querlenker, die sich dann die Querlenker-Partei, die sich dann zu WIR 2020 zusammengeschlossen hat. Können wir nicht mal rausnehmen hier. Den wollen wir uns hier nicht vergleichen. Das steht gar nicht zur Debatte. Und die NPD auch noch mit rausnehmen. Das ist ja auch nicht darüber zu reden. AfD, das wollen wir mal drinnen, weil es ist zum Vergleich. Okay, nehmen wir mal die ganzen. Die mir nichts sagen raus. Ja, das müssen wir noch nicht interessantesten nehmen. Ich bin nicht gewöhnt, auch die Klimaliste Sachsen-Anhalt rauszunehmen. Klimaliste. Hm. Ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Sie ist sehr beliebt momentan und kriegt viel Zuspruch in der Bevölkerung. Deswegen lasse ich es mal drinnen. Ich bin kein Freund davon eigentlich. Kann ich auch rausnehmen. Die Bernd-Luke-Partei hat ein Blödsinn. So, schauen wir uns das mal an. Da bin ich ja mal gespannt. Ob das jetzt hier ein schamvolles Ergebnis wird. Schauen wir mal, was ich denn in Sachsen-Anhalt wählen müsste. Sollte. Das ist jetzt hier keine Wahlempfehlung, weil kein Veranpflichtiger. Keine Pflicht, die man empfindet. Das ist nur eine kleine, ist auch keine, ist keine wirkliche Empfehlung. Es ist nur eine kleine Richtung. Also wenn da was anderes rauskommt, als ich jetzt irgendwie denke. Das ist dann auch nichts Schlimmes. Muss man deswegen jetzt nicht wählen. Das ist nur so eine Richtlinie. Kann man sich nach, guck mal nicht. Man kann sich dann die besten 3 heraussuchen an die Parteiprogramme durch diesen. Dafür ist es da. Weiß man, was man vielleicht wählen kann. Ach du großer Schreck. Das ist jetzt aber peinlich. Wie kommt der Wahlnummer als Star auf? Die SPD als erstes Ruf. Die Grüne. Klima-List ist bei mir relativ verdogen. Die Partei natürlich wundert mich, warum das nicht als erster ist. Das ist schwierig. Piraten, Humanisten, Linke, ÖDP, Freie Wähler, FDP und wie zu erwarten. CDU und AfD. Also ist natürlich, lasst euch hier nicht stören an den 51 oder an den 31 Prozent. Die haben natürlich immer irgendwo in manchen Punkten. Ich zeige euch gleich noch mal die Auswertung hier. Es gibt natürlich in manchen Punkten auch Übereinstimmungen, wo die AfD auch Ja zu was sagt. Wo ich Ja sage. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Tuning. Gewichtung berücksichtigt. Können wir mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir die Gewichtung nicht berücksichtigen. Oder die Grünen. Und eine Gewichtung. Wenn wir die Grünen jetzt. Die SPD. Die Humanisten. Piraten. Gewichtung an. Mit der Gewichtung kommt es dann zur SPD. Nicht mit Parteien vergleichen. Sagen wir hier nun die SPD. Ich ziehe gern noch die Partei mit drinnen. SPD grüner. Dann machen wir auch jemand hier. Die Piraten würde ich mal lieber mit rein gehen. Und das dann. Soweit ich weiß. Und das so. Bei mir die. Normalerweise die. Also Piraten und die Partei. Die übereinstimmendsten. So. Kosten für die Betreuung. Älteren. Kindertage. Stimmt das. Die Partei. Stimmt das. Die Eltern. Sich beteiligen. An den Kindern. Die Partei ist dagegen. Ich bin dagegen. Klima. Liste ist dagegen. Piraten sind dagegen. Unterstützung für kulturschaffende Krise. Und dafür hier. Photovoltaik. Und ja. Landwirtschaftlichen. Und dafür aufnahmspflichtigen. Verhindern. Es ist immer so irrefinanzierter Titel. Das hier. Soll keine weiteren. Flüchtlinge aufnehmen. Gegensatz. Für Flüchtlinge. Für Flüchtlinge. Für Flüchtlinge. Für Flüchtlinge. Für Flüchtlinge. warum. Ist die menschlichkeit gebietet sind. Es uns die menschen in potz zu schützen. Aufnahm geht es uns nicht sagen. Die fluchten ursachen politische entscheidungen. Wirtschaftliche interessiten die zum blünnlieg führen wirksam bekämpft werden. fert sacrifice15gf 23gf 33 sinners. Ein Hitler-Kurs könnte ein erstes Anzeichen für Notwendigkeit so eine Kontrolle sein. Ich kann hier 1 zu 1 so eine Strahlung unterscheiden. Wo kämen wir hin mit der Verdachtsunabhängigen Personenkontrolle von der Polizei? Ich meine Sachsen, Sachsen-Anhalt. Man kennt es. Autobahn. Überschuldete Kommunen. Erhöhung des Rundfunksbeitrags. Die Partei ist für die Erhöhung des Rundfunksbeitrags. Die Piratenpartei enthält sich. Schön, aber bin ich offen dagegen? Gegen den Rundfunksbeitrag? Schon und Rassismus. Was sagt er denn? Der Deckmacht des Kampfes gegen große Imaginäre. Also, wie ist die Propaganda-Dienung? Uff. Netzqualität nicht der Schülern. Schnauze. Dann brauchen wir uns gar nicht lauter vorzulesen. Absoluter Bullshit. Ministerium für Digitalisierung habe ich auch noch nicht. Also Piraten dagegen. AfD auch. Aber zunächst wäre zu klären, was diese Digitalisierung dann bitteschön sein soll. Die Piraten gegen Digitalisierung. Das glaub ich, das glaubt man auch nicht. Die administrative Aufgabe von oben. Das muss man gesehen. Projekten. Okay. Trotzdem, dass die, dass die dagegen sind. Interessant. Wo ist die AfD denn noch hier noch dagegen? Hier natürlich ja selbstverständlich Verantwortung von Gott. Und dann das Verfassung, AfD. Tun ja immer so oft Christenpartei. Wobei sie es nicht sind. Wahlalter, weil sie natürlich. Die Krankenhäuser in öffentlicher Hand erscheinen zu wirklich von mir was zu sein. Das ist irgendwie. Ich habe es nicht verstanden. Einstimmungen mit der AfD. Kosten für die Betreuung. Auch schon. Sonst braucht keine Weitereinwanderung von Flüchtlingen. Weitereinwanderung von Flüchtlingen. Weil wir dann mit unserem Schutz. Aller und Erkrankung. Das muss ein Problem nicht lösen. Im Gegenteil. Diese Probleme fördern durch Weitereinwanderung. Vergrößert. Wir sind nicht so Pflicht, gegen unseren Interesser Flüchtlingen aufzunehmen. Die AfD. Zum Thema Flüchtlinge. Ja nicht. Standpunkte. Dann kann man sich jetzt halt auch zu den einzelnen Parteien nochmal durchlegen. Also was sie zu allen Standpunkten hier sagen. Was kann ich jetzt hier gucken. Deine Lieblingspartei raussuchen. Und dann mal gucken. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Das Wölfe sind ja dagegen. Der Wolf gehört nach Niedersachsen. Ja. Ja. Großartig. Na dann. Ich hoffe ich habe das jetzt nicht zu sehr in die Länge zu. Bin doch. Hoffe ich das hat es euch irgendwie. Doch irgendwie interessiert. Ich nehme jetzt noch eine Umfrage zum Wahlnommarzt teil. Und. Ich habe mich noch mal zu sich gefallen haben lassen. Und wir sehen uns beim Wahlsweiber gleich wieder. Den mache ich gleich im Anschluss noch weiter. Seht ihr dann im nächsten Video. Haut an. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.